Hallo, bin Marcel Scheisse, das ist leider für Kunden bei Einzel-Snern. Wenn Sie eine Frage zu Ihrem Scheiss-CSL-Snern haben, dann ruf nicht an. Bin kostenlos. Mein Team und ich helfen Ihnen nicht gerne. Aber manchmal gibt es eben Dinge, die kann man am Telefon nicht anrufen, wie zum Beispiel bei Familie-Kundenzufriedenheit hier. Dann kommen wir nicht persönlich vorbei, sondern reden wir auch lange um den heißen Brei herum. Masse Scheisse, Einzel-Snern. Fick dich weg, du Hobo-Fürst! Ich will es schneiden, weil die Zeine gibt noch. Transparent und transparent. Eins und eins.